Okay, okay, okay. Ich hab kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Hey Lydia, keine Angst. Wir kriegen das schon hin. Oh, da ist schon eine Erdbewerbe. Scheiße. Ach so, die werden wir schnell zurück, ey. Komm, wir brauchen einen Pelz. Wie hab ich denn jetzt? Fünf. Das ist doch schon mal gut, oder? Jawoll, da haben wir auch noch was gekriegt. Das lohnt sich ja wirklich, bei Dietrich. Zaubertrank des Ritters. Okay, Pelzheim brauchen wir nicht. Rubin nehmen wir aber mit und 57 Gold. Okay, okay, okay. Oh, was ist hier passiert? Ich würd sagen, dass der Bär auch mehr war. Oh, das war's auch schon. Aber hier ist nichts mehr, ne? Aber das war ja easy hier. Ein mehr getötet und fertig. Okay. Oder hab ich irgendwas übersehen? Ich sehe ja nix. Ohohoho. Tja, erstmal hier so ein Brustkorb weggeschossen. Das machen wir doch nochmal, oder? Lydia, komm, mit Kopf. Juppau. Check. Okay, genug gespielt, wieder raus hier. Ja, was? Ja, Mensch. War ja nur ne kleine Höhle. Okay, ja. Ab die Stufen hoch jetzt. So, hier. Nix. Nix, nix. Oh mein Gott, das wird ja... Oh, ne Züge. Ne leere Züge. Die ist ja total leer. Uiuiui. Oh mein Gott, ey. Geh doch. Oh, mach ich das immer. Mann, sie stirbt und er beängert sich. Boah, Lydia, die kloppt aber auch gut rein. Ne, glaub ich, ne? Also das nehmen wir mal mit. Juhuuu. Ich glaube, das wird ein langer Weg. Kann man da anschleichen? Ich muss mal Schleichen erhöhen. Ich glaube, der hat uns entdeckt. Oh. Jaaa. Oh, der kommt. Oh, der ist ja. Sehe noch was? Nööööö. Hey, du. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Kein Stress. Wenn ihr mit derart gefährlicher Magie herumspaziert, fordert ihr den Ärger geradezu heraus. Habt ihr die Graubärte was? Dover Kien rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Hm, du, keine Ahnung. Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Okay. Besucht ihr die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Okay, okay. Ja, dann... Hau rein, mein Guter. Ich bin mal wieder weg. Was ist das hier? Ich dachte gerade, das kann man abbauen. Schade, schade, eigentlich schade. Lalalala. Schwörung verbessert. Okay. Oh, was ist das? Wirbel fahren, was ist hier? Alter, ist der bescheuert oder was? Alter, ist der bescheuert oder was? Der hat mich jetzt gerade kaputt gebissen. Ey, ich war darauf nicht vorbereitet, ja? Das war ein hinterhältiger und gemeiner Angriff. Okay, dann latschen wir halt noch mal kurz da hoch. Warum hab ich jetzt eigentlich nicht das Pferd mitgenommen? Das verstehe ich jetzt. Das verstehe ich jetzt. Ey, 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 ey. Ich stierf, Schwinner. Ich bin auf Lydia schon wieder hin, ey. Äh, Lydia? Äh, Lydia? Na, da bist du ja. Und weiter geht's. Das finde ich aber echt aufpassen. Dieser Typ da, der ist ganz schön aggressiv. Dieser Typ da, der ist ganz schön aggressiv. Der ist ein Tief, ey. Was heißt, ein Seelzwangtiger oder Schneetiger irgendwie? Bäh! Und Ziegenbein. Also, wenn du mir schon im Weg stehst, dann muss ich jetzt nur ein Arschverbot sein. Ziegenbein, warum nehmen wir in Ziegenbein mit verflucht? Ist das da das Fell drin oder so? Geh, guck mal uns die schöne Aussicht an. Es regnet, warum regnet's? Warum schneid's nicht? Jeden Tag, mit dir hab ich eben geredet, deswegen will ich mit dir jetzt nicht mehr reden. Seid auf der Hut vor Wolfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Jo, jo. Muss ich erstmal aufpassen auf dieses weiße Moped, was mich eben doppelt gebissen hat. Lydia, kommst du bitte? Da, 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 da. Ja, wo ist er denn? Oh Gott, ist er echt da. Säbelzahn, äh, Schnee, Säbel, Zahntiger. Ich muss mit dieser Eichenhaut drauf. Und dann, muss ich mich heilen. Äh, 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 äh. Wow. Der hat mich fast kaputt gebissen. Ist der bescheuert, oder was? Hm, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ich renne jetzt einfach mal weg. Ohne Mann, ist klar. Äh, 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 dann müssen wir noch mal kurz, äh, äh, den nehmen wir erstmal. Ohne Mann, ist klar. Äh, 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 ... Dann schwören wir jetzt noch mal so'n Vieh. Das müssen wir doch auch noch mal machen. Gott sei Dank, ey. Alter, der war ganz schön hartnäckig, oder? Ja? Ne, oder ob machen wir nicht? Kann man eigentlich irgendwas hier... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60, ich habe ja 46, mein Gott. Das machen wir so.